In der NBA ist ja gerade All-Star-Weekend und da gibt es natürlich immer krasse Spiele und krasse Challenges. Wir wollen heute die Drei-Punkte-Challenge nachspielen und wollen rausfinden, wer von den zwei Jungs hier, Schmelle und Pichu, der bessere Dreierschütze ist. Das Ganze aber nicht mit Basketbällen, wir sind beim BVB, wir machen das mit Fußballen. Also, die Jungs sind soweit bereit, nochmal zur Regel, es liegt an jeder Station liegen fünf Bälle, davon ist einer immer, der sogenannte Moneyball, der anders war, aber hier ist der zählt doppelt. Eine Minute Zeit, wir schauen, wer am Ende die Nase vorn hat. Let's go! It's time to wake up, 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 woo! At the break of dawn and it's on again, baby get ready to climb back on the limb, come on man, shake the dust off the food, don't yawn and prolong what you got to do. If you ain't going through any negative phase, what is your opportunity for turning the page? Today's a new chapter, right to quiet, make it end with the wind, give it all you got. First you gotta rise up to learn, come alive, pick the dirt, all you got. What about the burn? It is up, cause we ain't even trying to lose this. Let's go, hand up, we get snooze, it's time to wake up. Let's go, hand up, hand up, it's time to wake up. Pichu, du bist bereit? Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, go! Also, es ist es Zeit, Wachstum, es ist Zeit, Wachstum, es ist Zeit, Wachstum! Schmelle, Glückwunsch! Wir wissen also jetzt, wer der Sharpshooter beim BVB ist, nämlich Schmelle. Herzlichen Glückwunsch!